Hallo und herzlich willkommen bei Filoro TV. Immer wieder flammt die Diskussion um die angeblich oder tatsächlich geplante Abschaffung des Bargelds im Euro-Raum auf. Zuletzt sogar durch den österreichischen Bundeskanzler Karl Nehammer. Wir schauen uns heute an, was es mit dem Aus für unser Bargeld wirklich auf sich hat. Ich bin Joachim Brandl. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Der österreichische Bundeskanzler Karl Nehammer hat vor kurzem in einem Video den Österreicherinnen und Österreichern versprochen, das Bargeld als Zahlungsmittel verfassungsrechtlich abzusichern. Für die einen eine uralte Forderung, die nun endlich auch von der Regierung aufgeriffen wird. Für die anderen ein klassisches Sommerthema. Nehammer sagt, mit dem Recht auf Bargeld will er dafür sorgen, dass jede und jeder auch in Zukunft frei entscheiden kann, ob er oder sie in Bar oder mit Karte zahlen will. Das klingt erstmal ganz gut. Die Frage ist nur, ob so eine Verordnung wirklich nötig ist. Richtig ist, dass der Bargeldverkehr auf EU-Ebene in den letzten Jahren Stück für Stück eingeschränkt wurde. Zuletzt etwa am 1. Jänner 2023, als in Deutschland das sogenannte Sanktionsdurchsetzungsgesetz II in Kraft getreten ist. Das es verbietet, Immobilien und Grundstücke in Bar zu bezahlen. Unabhängig davon gibt es derzeit in einigen EU-Staaten schon eine Bargeld-Obergrenze, also ein Limit, bis zu welchem Betrag sie ihre Geschäfte in Bar abwickeln können. Die Bandsbreite ist aber sehr groß, zwischen 500 Euro in Griechenland und 15.000 Euro in Kroatien. Die EU-Kommission hat in den letzten Jahren dann auch eine einheitliche Grenze von zuerst 10.000 Euro und vor kurzem 7.000 Euro vorgeschlagen. Als Ziel wird dabei immer der Kampf gegen Geldwäsche und Korruption genannt. So, bedeutet diese Einschränkung bei den Barzahlungen aber auch, dass das Bargeld komplett abgeschafft werden soll? Derzeit schaut es nicht danach aus. Auf der einen Seite hat der Europäische Gerichtshof bereits 2021 festgestellt, dass der Euro als gesetzliches Zahlungsmittel angenommen werden muss und außerdem die rechtliche oder faktische Abschaffung des Euro-Bargelds verboten ist. Auf der anderen Seite gibt es jetzt schon eine EU-weite Regel zum Bargeld. Im Vertrag über die Arbeitsweise der EU, das ist so etwas wie die EU-Verfassung, steht, dass die Euro-Banknoten gesetzliche Zahlungsmittel sind und dieser EU-Vertrag könnte nur geändert werden, wenn alle EU-Staaten zustimmen. Was den Vorstoß von Bundeskanzler Nehammer jetzt mal obsolet erscheinen lässt. Außerdem hat die EU-Kommission erst im Juni einen neuen Vorschlag vorgelegt, der den Status des Euro als gesetzliches Zahlungsmittel noch einmal festschreiben soll. Und auch die Versorgung der EU-Bürger mit Bargeld soll in diesem neuen Entwurf sichergestellt werden. Die Mitgliedsländer sollen sogar verpflichtet werden, die Bargeldversorgung regelmäßig zu prüfen und gegebenenfalls Maßnahmen zu ergreifen. Was wieder Karl Nehammer freuen dürfte, er hatte sich in seinem Video auch für den Erhalt von Bankomaten stark gemacht. Und dann noch eines. Es ist natürlich das Recht eines jeden Landes, seine Verfassung zu gestalten, wie es will. Aber ein EU-Mitgliedsstaat allein hat überhaupt keinen Einfluss auf den Euro. Soll heißen, der Euro wird von der Europäischen Zentralbank verwaltet, die ausdrücklich unabhängig sein soll. Aus diesem Grund gehört die EZB auch den nationalen Zentralbanken aller Länder, die an ihr beteiligt sind. Und sie ist, wie auch die Zentralbanken selbst, unabhängig von der Politik. Wie schon gesagt, jedes Land kann in seine Verfassung schreiben, was es will. Aber nach unserer Recherche erscheint der österreichische Vorstoß zum Schutz des Euro weit weniger dringlich, als er verkauft wurde. Das war's für heute. Wenn Sie weiter regelmäßige Updates von Philoro bekommen wollen, dann klicken Sie auf Abonnieren und Kommentare gerne unter dem Video. Außerdem freuen wir uns über Likes. Und wenn Sie Fragen an uns haben, wie immer einfach ein Mail an tvstudio at philoro.com. Ich sage danke fürs Zuschauen und bis bald.